Also mit diesen Strauben Jungs mithalten zu können, weil ich akrobatisch überhaupt nicht auf einem guten Level bin, habe ich mir letztes Jahr etwas Spezielles überlegt. Sehr nahe von meinem Wohnort ist der höchste Wasserfall der Schweiz. Der ist 300 von 5 Meter hoch. Und ich fahre dort einmal pro Woche sicher an dem vorbei und schaue ihn jedes Mal an. Und ich dachte, als Cannonist muss man einfach den höchsten Wasserfall der Schweiz gemacht haben. Und so war es dann auch. Ende letztes Jahr sind wir eingestiegen mit etwa 50 Bohrhaken im Gepäck. Über 400 Meter Seil dabei. Und haben dann den Wasserfall in Angriff genommen. Ich denke, der spektakulärste Teil war der Schlusswasserfall. Ein Kaskade ist 190 Meter lang, wovon 150 Meter frei hängend ist. Und man seilt also direkt im Wasserstrahlin ab. Und das war eines meiner streibsten und intensivsten Erlebnisse, dort abzuseilen.